Patrick Hager, schnappt sich da die Scheibe sehr gut im Zweikampf. Wir müssen echt offensiv auch denken. Kai Eissing vorm Tor, lauert ein Schwede, aber Daryl Boyle gut. Mit dem Schüpfchen dazwischen. Nicht jetzt noch ins offene Messer laufen. Vorsicht, Hörschli, der Torschütze. Beliebte Position von ihm. Gut, wieder auf Yasin Elitz, der Nürnberger. Zusammen mit Erhoff. Schön gemacht. Raimer. Das Nürnberger Duo. Boah, ist er drin? Nein, der ist drin. Was, der ist drin? Da ist drin. Ja, nein, nein. Willst du mich verarschen? Das ist drin, Patrick. Was ist jetzt? Sag das bitte, dass er drin ist. Ich weiß es nicht. Dass er drin ist. Ach komm, Leute, ihr macht sich doch komplett krank hier. Jetzt geht es doch zum Videobreweis. Ach komm. War die Scheibe jetzt drin? Wo ist ja der Goal, Guys? Wir haben Videobeweis. Wir fragen mal nach bei den Kollegen. Aber wir sehen ja auch nichts. Raimer, sag es uns. Komm. Komm, Patrick, sag es uns. Ich spring hier runter. Yasin Elis auf Patrick Raimer. Das kennen wir aus der Top-Reihe der Nürnberger. Also. Bitte lasst ihn drin sein. Was macht er? Der Wunder, Raimer. Wunder, Raimer. Der ist drin. Der sollte mal drin sein. Der ist drin sein. Der ist drin. Gibt es Tor. Gibt es Tor. Logisch gibt er das Tor. Patrick Raimer, du Gott. Warte, warte, warte. Ruhig, 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 ruhig. Wer ist es nicht, dass wir das verschreien? Ja, es schutbier. Ach so, jetzt rede ich ja schon mit den Kollegen. Entschuldigung. Wer soll das? Also, nochmal. Raimer, Nachschuss. Scheibe liegt frei. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Sie ist auch nicht unter der Fanghaut. Das sehen wir jetzt auch nicht. Aus. Ist mir jetzt wurscht. Der ist drin. Da die Fanghaut ist nicht drauf. Die ist nicht drauf. Ist nicht. Sag dann. Und jetzt bitte. Hör auf. Zeig ihnen die Mission. Schreiben wir Geschichte. Komm, mach jetzt nicht so einen Zirkus. Sind wir Zeugen eines historischen Moments? After the video review, looking to the park cross the goal line. We have a good goal. Ja. Halbfinale. Ihr seid verhalbfinale. Halbfinale. Come on. Time, wir tritten Overtime. Boah. Wir tritten Overtime in den Zornier. Halbfinale. Ist das unbedingt verarscht. Wir sind jetzt geil, die Typen da unten. Boah, seid ihr geil? Leidy, wir spielen um eine Medaille. Hey, das gibt's nicht. Die nehmen den Ausgleich. Wir spielen uns wieder alle.